Hallo Leute und Willkommen bei einer neuen Runde Rainbows 6Each wieder mal auf der neuen Map Favelas. Hier dabei sind wieder der Griffin, der Crazy, Jens und der Tom. Voll mit schlechten Beispiele. Sagt die alle nicht Hallo. Ich weiß nicht warum die nicht alle Hallo sagen, aber egal. Sie sind alle schon in Angst vor YouTube. Und mal schauen wie es so wird. Öffentlichkeitsängste. 40 Leute gleich werden euch kennen. Ja. Ich hab Angst dafür. Ich muss eins sagen, ich hasse diese Strecke vom richtig, ich hasse diese. Ich bin gleich Fame. Ich bin gleich Fame als der Hacker schlechthin, weil ich so extrem gut bin oder? Ah, sorry Digga, ich hab irgendwie... Ich hab grad irgendwie... Ich hab grad irgendwie... Oh, wow, wow, tut es weh im Hals. Oder rauchen müssen? Ja, oder rauchen müssen. Ja, oder rauchen müssen. Also Kinder fangen nie an zu rauchen. Rauchen, Scheiße. Hab ich schon wieder aufgeregt. Warte, der will im TS kommt. Hey, auf welchen TS? Hm, diesen hier. Ja, dann, ja, dann, aber jetzt nicht. Jetzt grad nicht. So, wir sind grad mitten in der Aufnahme. Schieb der so nach später. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Viertel vor zwölf. Viertel vor zwölf. Ah, das geht ja noch. Geh ja noch. Ja, die ganze Nähe ich hier sehr. Jo, boah, es geht bei den Viertel vor zwölf noch ein bisschen aufnehmen, oder? Immer doch. Oh man, die Scheiße. Ja, in einer Viertelstunde hab ich Geburtstag. Wollt ihr noch einmal morgen? Ja, ich hatte heute Geburtstag, man. Nein, Leute, ich hab morgen. Also, ich hab in einer Viertelstunde. Am 18. Wer bist du? Hä? Der Tom ist er. Der Tom? Ich kenn mich noch gar nicht so gut aus. Da ist ich kein... Da ist ich kein... Mach ne Drohne hier. Kein, äh, Ding. Klatsch. Gib das schon mal mit C4 ab. Als... Einklatschen. Wenn man nicht einklatschen kann. Ich hab zu einem den Fire bekommen. Ach, ja. Ich weiß. Oh, Scheiße, war schon einer drin. Die sind schon oben drin. Ich wollte noch nicken rausschmeißen. Ach, fein. Die sind oben schon drin. Eine... Eine Tasche über euch sind die schon drin. Ja, da ist auch einer in dem Nebenraum hier. Wollt ihr grad noch nicken rausschmeißen, ey. Wow. Aber egal. Ich kenn... Ach du Scheiße, es ist ja vier Stück. Oh, ja. Ja, nee. Wumarkieren wir mal bitte einer. Die sind oben halt drücken. Hier, über mir. Hier. Ich kann euch sagen, wie die Mutter. Jetzt hier. Ja, okay. Und einer ist hier. Ja, ja. Ich... Wer denn... Ich bin aber auch der dümmste Mensch auf Erden. Ja, ich war auch richtig dumm. Als ich da... Wo sind die Urlaub? Weißt du, draußen... Der Blackbird ist ganz runterkommt draußen. In dem... Obstshop da. Weißt du... Ich... Ich laufe dahin. Er schießt mich. Ich laufe rein. Und dann laufe ich wieder hin. Obwohl ich da stehe. Der Fenster wollte. Der Fenster wollte. Ja, ich gehe doch da mit dem Schild von mir. Ich mach' ich sowas zu müssen. Ey, wo bist du? Äh, um dich rum sind vier Leute crazy. Also... Ja, der Schild. Das heißt, ich... Viel Glück. Kann ich mich jetzt? Das soll ein Schulgasse sein. Das soll ein Schulgasse sein. Das soll ein Schulgasse sein. Nee. Shit. Ich glaub' die haben einfach auch kein Thermal dabei. Yo. Ey, wo soll ich hin? Der KLJ, der macht das easy. Ich denk' einfach nur zwei Seiten mehr. Kann ich nicht machen. Wo ist der? Machiert mal einen, wenn ihr einen seht. Einer ist unten und einer ist... Ja, Ash. Fuck. Ash, bin tot. Sie kommen jetzt beide hier von einer Richtung aus. Ja, die kommt. Ja, einer kommt jetzt. Einer kommt jetzt. Tja, er kommt jetzt. Und rechts. Ich bin rechts von dir ist noch einer. Der kommt rum. Der kommt rum. Der kommt jetzt nach. Der kommt danach. Ja, der kommt danach. Ja, gut. Also einer ist jetzt unten. Und der Termit ist hier hinter mir. Die ist durch die Wand, man. Du kannst durch die Wand schließen. Nein, kann ich nicht. Ich hab' hier eben schon zu vier dran geworfen. Also ich sag', wenn du von oben noch einer kommt. Ein Fenster. Du kannst rausgeschossen, Fenster in den Dotkel. Oh, oh. Du hast keine... Du hast hier keine Frotte. Oh, da ist... Wie auf der Map nur mehr Frotte. Was? Ja, blick. Blick da dran. Blick, blick da dran. Und das schon mal das da drüben. Ja, genau wie sie's weiß. Schade. Schade. Und was war das von dir gerade eben? Was war das für ein Akzent? Sie springt über die... Und du hättest sie so lange abschießen können. Und du schießt nicht mal. Ich hab' die gar nicht... Ich hab' nach links geguckt. Weil der von... Ich dachte, die kommt von oben. Schade. Und dann gehe ich nach rechts und dann war... Ne, zu spät. Kann ich nix machen. Wer hat's wenigstens probieren können sie, Kay. Herr Jens, was will der? Was will dein Bruder jetzt hier? Ach so, warte mal kurz. Äh... Ja, der hat sich zum Spiel eingeladen. So. Läuft. Ja, der... Wenn du... Wenn du bei dem bist... Du musst erstmal... Du musst jetzt aber wirklich vor deinem Namen noch OPC hinschreiben. Einfach nur das Trollzheimer. Damit der sieht, dass du offizierst. Sag halt einfach, dass es noch nicht aktualisiert ist. Mach einfach... Mach einfach im DS und dann bei Dingen sagst du, das hat's wahrscheinlich noch nicht aktualisiert oder so. Und schreib halt wirklich davor kurz. Du kannst ja deinen Namen so oft ändern, wie du willst. Ja, ist egal. Weil er sieht, wenn du in der Lobby drin bist, heißt du von so wie aktuell... Wie der Name aktuell ist. Du siehst dich nur in der Freundesliste. Nein, der soll mal hier auf den Teams kommen. Dann können wir mit dem Regen. Wollte ich das machen. Warte kurz, ich will das nicht mehr machen. Ja, der soll mal kommen. Aber erst nach Video-Undriff, weil ich gespielt habe. Junge, der wird sich so umbringen, Last. Warum? Nö, ne. Ich glaub, der hat ja nichts gegen mich. Ich hab ja auch nichts gegen den, aber... Aber ähm... Halt mit dem anderen, René. Ist ne lange Geschichte, ist jetzt auch egal. Nein, Unterpunkt. Warte. Ja, der kann... Ja, der kann noch warten. Ja, ja. Bitte lass ich die Runde noch vorhin warten. Super. So, genau. So, genau wie unser C4 Klatsch, Mann. Ein Hochauf Geburtstag. Okay. Ich bin sicher. Wie jetzt wirst du eigentlich? Ich werde 13. Ich bin wohl vielleicht im Video. Schleifst du raus. Oh. Schleifst du raus, Mann. Nein. Wie 13? 13? Oh, hier. Da hat man was. Wo ist, äh, die Dinge verraten? Da unten. Der Bug ist so OP, weil der einfach alles sieht. Der kann einfach alles. Der hat Shotgun und... Der nimmt da einfach seine Drohne. Was macht der so lange rum? Ja. Schau mal runter, die Treppe. Drohne. Schau mal, wenn du was siehst. Die Treppe ist erstmal frei. Ne, ich bin auf der Treppe. Loll. Von hinten. Danke, dass ich so schon gedeckt wurde. Bitte. War meine Ehre. Beim Drohnen. Dass der Welt in den Raum weg wird? Ja, ich seh niemanden. Lört, ich kann doch mal mit der Drohne rein. Dafür hat man sie ja. Ey, nicht lecken hier. Cool, wie der rumleckt. Oben auf der anderen Seite ist Torsewell übrigens Jäger. Jäger könnte jederzeit von vorne kommen. Ja, schau mal auf die andere Seite, falls da jemand abschließt. Warte mal. Da kommt jemand gleich. Das ist Jäger. Das ist Jäger. Der, der mich gekillt hat. Recht euch bei ihm. Ja, kein Headshot oder was? Komm, komm, komm. Killt ihn um. Wieso komm? Killt ihn um, ja. Wer will nicht? Er hat keine Lust. Ja, da wurdest du gerade fast angeschossen, irgendwie anonym. Leck mir, du kannst vorgehen. Ich warte hier. Ich ziele dahin. Was ist, wenn da jemand links ist? Der guckt erst links an. Rechts ist keiner. Du kannst safe erstmal links gucken. Na, von unten kommt er. Achtung. Zerstör mal die ganzen Devices. Setzt auf mich. Mute von unten. Du hast Blendgranaten oder? Nein, egal. Zimmerjäger. Ein Zimmerjäger. Der hat mich so gar nicht erwartet da. Scheiße, Mann. Was ist das für einer? Nachladen. So richtig krasser. Richtig krasser. Richtig krasser RT Bay. Oh, warte. Wo ist der Puls? Bisher oben bei dir, oder? Ich wurde entdeckt. Oh, Puls ist hier. Oh, Mann. Puls ist hier in der kleinen Kamera. Okay, ist das dort. Gut. Der ist recht vorbei. Jaaaa. Warte mal. Ah, okay. Der hat die normale. Ja, ich hab mal verschissen, so Junge. Was soll ich machen den ganzen Tag? Man, klappt's auch nicht gut. Mir klappt's grad auch nicht. Umhaupt nicht droh. Ich hab so'n Pech gerade. Drohne und natürlich passiert es mir. Äh, kannst du runterkommen oder brauchst du um Hilfe? Lol. Ich bin. SMG, SMG, SMG. Du musst ihn hammern, man. Und das wär'n Loops-Teil. Hallo, Hammer des Geistes. Hammer'n Beste, ja? Wofür hast du denn bitte deinen Hammer, wenn ich darf? Ja. Oh. Markier bitte. Da. Da, 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 da. Und? Sein C4, ja? Ja, rein unter der Bio. War gut, da. Warte noch auf Jens, in der Zeit. Hammer auf den Stacheldraht. Hammer auf den Stacheldraht, dann ist er weg. Dann ist er weg. Der arme Bandit wurde komplett. Lad nochmal nach. Geh einfach. Er war schnell rein. Warte da. Ja, ja, lad, lad. Hulst dein Markier mal bitte. Lad nochmal nach. Ja, ja. Geh rein und stelle dich ganz... Was machst denn du? Warte. Der kommt durch. Boah. Junge. Nice. Was war das? No Scope, no Scope, no Scope. Tschüss, no Scope. Das ist ja mal richtig Glück. Ja. Das ist ja mal richtig Glück. Lucky no I'm guy, ey. Oh, 5 vor 12. Geisterstunde. Oh, 5 vor Kurztag oder was? Oh, ja. Ja. Mir hat gar keiner gratuliert von euch, ja? Wir müssen mal singen zum Tom, müssen wir dann sagen. Ja. Hallo, mir hat keiner gratuliert. Das ist voll nett hier. Ich hab gesagt gerade noch alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß doch nicht wann du Geburtstag hast. Das riech ich. Ich kenn dich nicht mal. Hast du morgen oder heute Geburtstag? Das riecht man doch durch den... Sicher riecht man doch durch den Bild von mir. Ich hab heute Geburtstag. Warte, ich muss nochmal riechen. Oh. Nach 5 Minuten hast du Geburtstag? Wie alt bist du geworden, crazy? Oh, 16. Oh, yeah. Ich auch. Geil. Was, 16? Wie seid ihr alle so jung? Voll alt. Merk schon die Falten. Nein, nein, Spaß. Ich bin 50. Ich bin 50. Ich kann schon nicht mehr aufrecht gehen. So. Hatte ich gerade mega lack, ey. Bisschen verbestimmt. Die werden jetzt gefickt. Oh nein, er hat schlimmes Vokabular in den Mund genommen. Oh shit. Jetzt kriegst du aber einen Strike auf YouTube, oder? Ja, ja. YouTube, Strike incoming. Wechsle das Magazin. Noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ich setze den Sensor ein. Wo kommen die? Von oben. Jetzt, jetzt, oben. Jetzt können sie kommen. Nein, die ist auch down. Da oben bei dir ist einer. Ich glaube auf Dach. Da ist eine zwei. Oder doch nur einer. Ich warte hier. Ja, ja. Wenn ich die Tür aufmachen oder das, dann gehe ich sofort schnell. Nein, nein. Ja, ja. Über C4, je nachdem, was das ist. Alles gut. Hier ist bei mir irgendwer. Gerade. Also hier am Fenster. Ist da wer? Nein. Nein. Ich höre da nichts. Sag mir, wenn... Anonymes sagst du mir, wenn hier jemand ist, dann Wallback nicht. Nein, das mache ich dann. Dafür bin ich ja da, du auf. Hallo, ich... Hier ist richtig. Es ist Wettergegen. Verhöre ihn und gehe wieder rein. Die sind weggegangen von hier. Oh, Junge. So ein Typ überzieht überhaupt nichts. Ja. Da. Bin ich mehr hier. Hier oben kommen wir... Also das ist nur jetzt. Oh! Wo? Äh, da hinten. Aber der ist rot. Jetzt auf Treppe. Hier noch einer. Eventuell. Anonymes ist hier draußen noch einer. Hä, woher kann der... Woher kann der... Woher kann der Knall? Ach, Ash hat er geschossen wahrscheinlich. Drei noch. Vier. Shit! Blackbird! Komm her. Na komm, jetzt klappen wir noch. Rechtzeitig. Wo ist der Blackbird? Mach ihn bitte. Sie hängen außen an der Fenster jemand, Jungs. Ich glaube, da ist jemand. Nein, 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 ist er nicht. Der ist drinnen. Ja, der ist gerade reingegangen. Ich hab alle vier. Ich hab alle vier. Die sind alle oben. Und einer auf der Treppe nach unten. Decken die Treppe nach unten, Jungs. Die sind überall da hinten. Decken die Treppe nach unten. Oh, shit. Scheiß schwerer Beschuss. Ja, bitte Deck. Wunder Pro. Alter, diese scheiß Headshots. Warte, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Shit! Fuse ist noch... Fuse ist dort. Fuse kommt gleich zur Tür rein, gell? Ist der Mietz so gut, oder was? Junge, der hat mir in den Bauch geschossen und das geht natürlich jetzt. Drei Schüsse in den Bauch und ich werde tot. Der hat Arno nicht mal getroffen, aber okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Den Gegner von der Sicherung des Biros abhalten. Den Gegner von der Sicherung des Biros abhalten. Hast du? Super, hab ich. Oh, nice. Ja, Tom. Superheftiger. Hauptsache... Hauptsache der fucking Typ. Ja, Geburtstag... Du hast drei Schüsse in den Bauch, ja? Noch eine Minute Geburtstag. Ich war aber gut. Komm mal, Geburtstagsglück heute, ey. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Partyhart. Ich mach erst mal den Blackpool. Warte, warte, kannst du nochmal weg, ich will nochmal Blackpool spielen. Ich bin jetzt einmal am besten. So, ich hab dir hier als erste... Danke. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Ich war auch schneller als du. Alles Gute. Alles Gute. Ja, Mann. So, wie man es macht. Jetzt haben dich zwei überholt. Du bist in deiner langen Rede. Hallo. Eine Minute nachher hab ich nicht alle gratuliert. Doch, ich hab gerade alles Gute gesagt. Ja, ich auch. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Und so, vor allem nicht fertig, weil das heißt, wir haben vorhin gratuliert. Und Thomas ist dir zur Geburtstag gewünscht. No Manzstein. Oh. Spiel. Ich hab gehört, das Spiel soll scheiße sein. Ich hab gehört, das ist total grafisch. Ich hab gehört, das ist total grafisch. Ich hab mich voll. Ich hab mich voll. Jetzt freu ich mich noch mehr. Weil ich mein einziges Geschenk ist als Spaß. Oh. Du bist so ein Affe, ne? Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Na, ich... Ich greife da nicht so rum. Ganz so schlimm bin ich nicht. Das musst du schon zugeben. Ganz so unten ist jemand. Smoke. Komm auf. Mach einfach ober auf. Pass auf, Spawnpicks, Jungs. Hier Spawnpick-Map schlechthin. Ach, der Blackpick-Map. Schild. Komm her. Schild. Oh, du geiles Schild. Geiles Schild. Ey, warte. Pass auf, von hinten. Von hinten. Von hinten. Niemand da. Noch niemand, ja? Ja, gut. Äh, haben die den Puls? Er denkt hinten. Irgendjemand muss hinten decken. Haben die den Puls? Äh. Ich deck mit immer das Opfer, das hinten deckt. Das ist eine unnötig, unmögliche Chance. Ich glaube, 1 zu 15 oder so, dass sie Blackbird haben. Äh, dass sie Puls haben. Dass sie Blackbird haben. Ja. Okay, die Chance ist relativ gering. Wo wollt ihr noch aufhauen, Jungs? Nochmal hier, der. Wer deckt jetzt hinten hier? Ich bin hinterm Witz. Ich bin hinterm Witz. Nitzdeck so vielleicht hinten hier, oder so. 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 Nitzdeck so hier hinten die Opferrolle übernehmen. Oh, shit, du meinst sie da? Ey, blöd, jetzt übernimmst du hinten, da steht ne Cam extra für dich. Ich bin tot. Geh in die Cam hinten, die da steht und sagt mir, wenn er hier mal von hinten kommt. Da hab ich viel blöd. Ach, das ist ne scheiß Bambi. Äh, ist noch so ein... Da kommt der Puls. Nein, 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 warte, warte, andere Seite, andere Seite, andere Seite. Da. Ja, wieso... Wieso entdeck ich keinen Feind? Okay, der hackt. Beide auf Treppe. Äh... Master Frucht hackt. Pendant und Frost. Hä? Den Behälter sichern. Warum würdest du dir nicht angezeigt, wenn der rausrennt? Ja, eben. Heckt jemand das Fenster! Durchbrechen, durchbrechen, durchbrechen! Ich hab gerade den Puls die ganze Zeit markiert und der hat die ganze Zeit gesagt, keinen Feind entdeckt, aber... Hey, okay. Genau, ich hab ihm Headshot gegeben. Boss sitzt doch unten auf der Treppenmercke. Der Raum ist frei. Ja, er kriegt keinen Header, alles klar. Irgendjemand geht in den Raum. Blackbeard, du gehst rein. Hast du uns gesehen? Ja, geht ja nicht im Raum. Einer, die findet von der Treppe... Blackbeard rushed von unten, du gehst rein. Anonymos. Mit hier oben gehen. Ja, fuck, keine Schauung. Die sehen jetzt alles Tower hinten von hinten. Kassel, halb tot. Gehen alle von hinten. Einer noch! Scheiße! Fuck! Der hat noch 10 HP! Das ist ja reudig. Das ist so reudig, der Typ, der ist so komisch, ne? Ja, Alter! Wie schlecht der war! Der ist so komisch, man. Ich weiß nicht warum, der rusht einfach raus, er wird nicht angezeigt, dass er raus draußen ist. Richtig strange, ey. Der bei der war so schlecht. Egal. Hä, war das Puls? Ne, das war, äh... Puls wurde umgebracht. Boah, ich hab schon gedacht, weil ich hab Puls eigentlich gekillt. Ich dachte schon, hä, ich hab doch Puls gekillt. Ja. Äh, nimmt man Thatcher und sonst ne Mädchen. Nimmt Thatcher, ich hab da nicht. Ey, Grafik, wie ist es so, sich die Charaktere echt zu erspielen? Ja, eben. Wieso kann ich das auch für andere Leute kaufen? Als ob ihr alle den Season Pass habt, ey. Ich hab den nicht. Den bringst du total. Ey, Jens hätten ja nicht. Ich geb lieber 16 Euro aus, dafür, dass ich alle Operator hab, als... Oh, wie geil. Wirst du doch auch, oder? Nein. Ey. Ey, dann wünsch dir den Season Pass, Mann. Genau, stimmt. Auf jeden Fall sind da voller als No-Mans-Guy. Ich wünsch dir Battlefield 1. 5 Sekunden. Vor allem, weil er das auch schon rauskommt, wenn er das singt, oder? Ja, dann halt... Die ist sogar das... Jungs, der war sogar das Muster eingetragen von dem... Oh ja, wir haben einmal einen Setscher dabei. Der war sogar das Koordinatenmuster eingetragen. War richtig geil. Weil dieses Spiel, ne? Das ist so verpackt. Wir machen hier immer auf, ne? Wenn mal, wir brauchen gar keinen Setscher. Wann hab ich den genommen? Oh, 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 oh... Shit! Und wo wollt ihr noch, Jungs? Wo wollt ihr noch? Warte, 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 wir gehen... Ey, kannst du hier aufmachen? Pultsch Stroh von euch. Pultsch Stroh von euch. Für euch war da, ne? Alla, wie viel, wie viel. Deck du Puls, mach du. ach du das ist der normale bis jetzt keine kat keine frau kann ich hier rein da ist ein gewandte dieser durch diesen kopf holz tot wird aber da kommt der nächste gleich hat jemand noch blütscheid von euch ja aber ich bin alle es ist nicht immer ach schade er wurde angezeigt da ist er ja der ist auch sehr aus wie fast bei mir wo ich abgeschoben bin er hätte ich schnell rausgerutscht und ich hatte versteckt sich hinter der ich verkarte ich hasse es alleine zu sein ich weiß die Gäste egal das heißt Kasse das komisch der gespielt ich die jahre auf der 11 ich wurde den Kassel die Porta weil den Tütti Frutti hau nie der heißt nicht Tütti Frutti das ist Meister Frutti ich hab nur noch beide reportet mohaha wurde bestimmt auch schon reportet traurige Runde reportet ihn auch ja okay ich geh dann mal raus ne also ich bin noch ne Runde oder zwei oder drei ich bin mir und ich bin wieder in der nächsten folge Rainbow Six Siege. Bis dann. Tschüss.